Wir sind in England und werden noch ein bisschen umgucken, was in England so geht. Ich bin happy hier zu sein. Ich hab gesagt, wird laut, ne? Hintergrund ist schon gut. Krass. Also, wir sind bei Detail Academy Autofinesse. Und Autofinesse hat dieses Auto gebaut, was im Instagram rauf und runter ging. Und ich würde sagen, wir steigen mal mit einem Porn, weil Last High ist wirklich geisteskrank. Los geht's. So, also, ich bin happy hier zu sein, muss ich sagen. Nice to meet you, James. Hey. Nice to meet you. Hi. How are you? Pretty good. That's way bigger than I thought in real life. That's what they all say. It's a bit loud. What is this? I don't know the body kit. It's... Liberty Walk Super Silhouette. So, they offer that? Yeah, yeah. This is pretty much off the shelf. A few refinements to make it fit nice. And we added our touch in a couple of areas, but that is pretty much... No way. Everything. Whole rear quarters, boot lid, front wings, bonnet, front bumper, rear bumper. But that's pretty massive though. Yeah. This was in here originally, but it's got a R34 rear end on it. The car is a R34 rear end. Yes. So, R34 rear end and rear beam. And then... Of course. S15 on the front. That's how you do it. Well, I bought this car done. So... Not the body kit. Not the body kit. But mechanically, it came from Japan. It was a drag car from Endless Racing. From Endless Racing? Yeah. Okay. So, this was a flat car. From what I gathered, they owned the car from brand new. Then it was shipped over to Harlow Jack Autos. And I bought the car from them in like drag spec. And then we've done the body work. Shit. That's a T-88, right? What's a T-87? 78. No, no, no. It's a T-80... It's a T... No, it's a T-88, like I said. Yeah, that's a pretty old, laggy beast turbocharger. Oh, really laggy. Yeah, really. The good thing about it is, I drove it a few years. The good thing about it is, it doesn't break. The turbo doesn't break. No. The rest... The other stuff in here breaks a lot. No. A lot. So, no, for sure, this is a drag car. I always speak German sometimes. Yeah. The thing is, a T-88, people, on a SR-20, is the stupidest thing you can do. Like the turbocharger. You have to use all cars here to drive the gas. So, does this engine rest up to what RPM? Uh, 9000. 9000. It has to. Like... It doesn't really find boost to like... 5,5? No, more like nearly 6. No way! It's horrible. On the road, it's disgusting. You drive it on the street. Yeah. And then everything. And then everything. If somebody would tell me to put this turbocharger on this engine, I would say it would not work. It does work. It's really... High RPM. Yes. So, originally, I'm guessing it was launch control. Yeah, and then gone. And gone. When we try and drive it on the street now, it's not ideal for street driving. But you are allowed to drive this on the street, right? Yeah. Road legal in the UK, yeah. I don't know how many episodes of the videos are coming, right? I don't know. But... That's the absurdest thing I can imagine. I can't imagine that. Maybe not on the street in Germany. Maybe not. Maybe for a minute. For a minute was nice. For a minute... Stand away? Your car is gone. It's gone. Like, you were here, and car somewhere else. And I don't like that phone. So, you're allowed to drive it on the street? Yeah, this is street legal. Pretty much street legal. So, back again to the engine. The engine has how much power now, then? Because of the T88... Let me guess. Let me guess. Let me guess. Let me guess. T88, you're saying 8000, 9000, 8000 RPM? Hard. Like 9000. Like 9000. T88. I would say this is... 620? 650? 7? Really? So, what gas are you running on? E85. Oh, so it's 900 then? Yeah. So, the car with fuel is 900 horse. And then, when... We've never connected the nitros, but we're sold with nitros, it can go over a thousand. We keep blowing it up on fuel. So, no nitros, just it. You blowed it up before? Yeah, twice so far. What's wrong with you? I like to drive them. I build it, I drive it, I brake it, I get it kicked. You paid. Yeah. And then I brake it again. So, what broke? The piston or the rod? No. All the problems at the moment have been quite minor. It's just been valve train issues. But always F20. Bending valves and we're getting lifter problems. Yeah, but 9000 RPM this engine? Well, I can guess this shit will happen. You got pictures of that damage? I'm pretty sure, right? Yeah. It's just bent valves, nothing too major. Usually it's the limiter. We think the limiter is too aggressive. If we calm it down a little bit, just bring a limiter down slightly and have a soft limiter. What kind of ECU is that? So, it's EFCOM Pro at the moment. So, quite old technology. Yeah, HKS. The problem is, this car was a drag car in like early 2000s. And it was really well known. And because of that, we don't want to change the engineering of the car too much. Because it's kind of cool that it was an old Japanese drag car. And now... And now it's this. Yeah, I like that. It's okay if I call it this? Yeah, this, that, whatever. Whatever it is. Amazing. If we, in an ideal world, if I built an SR, I'd just go for like 500 horsepower. Smaller turbo. Yeah. Bring boost in early. But I saw this kit. We actually cleaned the Super Silhouette in Tokyo Auto Salon when they'd done the 34. In January? Two years ago. 2019, something like that. When they dropped it. I remember looking at it and thinking, wow, that is... It was wild. So I wanted to build one. And then I was at Liberty Walk and I never knew they'd done an S15 kit. No, me too. And I saw the poster. And I knew this car was up the road from us at Harlow, HIA, Harlow Jap Autos. And I saw the poster and I was like, I want to build one of them. And the guys there were like, yeah, if you want to build one, let's do it together. I know the perfect donor car. So mechanically, it was all there. All we had to do was styling and a few different changes. We'd done the cage. We had the cage built to our spec. Because this car was 900 horsepower. This was originally running a Dash Dodger cage. It was like this thick. I was like, nah, nah. So... So how much power is it now, then? We haven't rolling roaded it to test it yet, because we're still figuring issues out. It should still be around the 900 mark, as it was from Japan. So if all is correct and we've got the full picture of where the car stood when they'd finished with it, it should be 900. This car should be capable of low 9 or even high 8 second quarter miles. That's not now. No, I mean things will fall off it now. Yeah. But the great thing is, somewhere some dust is coming out or some burnt smoke and you doing detailing, right? Yeah, it's not ideal. It's not... It's not... It's not... It's not... It's not a... They do not... It's not a... It's not... It's not a... It's not a... It's a small flying... They're all hanging out. Ok. Ok, also, let's try again... A little, later... That's the plane, a R34 GT-R for the differential, rear, lead and lights... All right. In front, there's a SS-15... You see HBr lecture on making a car Garbo 170... so for the... So you got jacks in there too, right? Ja, Air Jacks. Air Ride and Air Jacks. Wenn du 1,000 HP hast, ich warte nicht. Nein. Es sieht gut aus. Tschüss, man. Ich habe es gesehen auf Instagram so viele Mal, und ich war wirklich beeindruckt. Ja? Ja, die Farbe, die Größe, und auch, um dieses Auto zu benutzen. Das ist weil die Deutschen Leute das Design gemacht haben. Ja. Es ist wirklich etwas Neues. Die Farbe, die Farbe, ich liebe es. Und dann die S15, und dann die Kraft. Und die Provenance. Es ist alles da. Es braucht nur noch weiter zu fahren, für mehr als 2 Wunschungen. Oh, das ist kurz. Oh, ja. Ist es okay, dass ich es langsam fahre, um das Gefühl zu bekommen? Ja, ich fahre schnell. Ich will es nicht. Du kannst es fixieren. Das ist wahr. Ich meine, das ist wirklich ein Body Kit, Mann. Das ist schön. Das ist viel Geld. 25.000, ich denke, für das Kit. Ja, das ist verrückt. Nein. Räume, Brakes, Fahrzeug, 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 alles neu. Du sagst, das Fahrzeug war schwarzen. Ja. Rollcage, Säte, und dann 2x die Fahrzeugung. Ja. Wir sprechen 100. Wie über 100. Nein? Nein. Du hast es nicht auf, hast du? Hast du deine Fahrzeuge auf? Ja, ich mache es. Nein. Es sind zu viele davon. Ja, ich weiß ungefähr, wo wir sind mit dem Fahrzeug. Es sind wahrscheinlich nur über 100. Das ist okay. Ja. Ich meine, niemand wird es dir zurückgeben. Oh, sie werden es niemals. Es ist wahrscheinlich nur 10. Aber das ist die richtige Art, um es zu denken. Ja. Ich würde sagen 5. Ich gebe dir 5. 5. Okay, lass uns einen kleinen Blick rein. Ich sehe einige Dinge. Wir können, bevor wir filmen, ist es richtig, diese Cadde aus dem Weg? Warum? Es ist lustig und verrückt. Ich denke, es sieht gut aus. Es ist ein ziemlich cooles Ort. Ja. Sie hat Jey's Fahrzeug in. Ja. Es ist nur eine meiner Fahrzeuge. Sie ist gut. Ja. Es ist eine spezielle Taste Body Kit. Aber wir alle wissen, du bist ein spezieller Typ. Ja. Was ist das? Das ist dein Brand? Ja. Das ist unsere Range. Wir haben angefangen, wir haben mit Detail-In-Cars. Und dann, wir haben unsere eigene Ranges für Detail-In-Cars. Ja. So, unser Fokus war, was die GAPs in der Markt. Back then, wir bringen viele Produkte in aus den USA. und so, und da war kein Brand das alles, was wir wollten. Und viele der Brands nicht wirklich auf die Fokus auf von einem Detailer-In-Cars. Also, wir haben unsere eigene Ranges mit dem aus einer anderen Perspektive. Ist das legal? Ja. Ich will es langsam fahren. Ich habe keine Fahrzeuge. Oh, du hast eine Fahrzeuge in England? Ja. Warum? Warum? Es hat zwei Bikes, keine Fahrzeuge. Also, es ist deine Fahrzeuge? Ja. Und du hast eine Fahrzeuge? Ja. Auf und nach hier. Das ist es. Du bist ein lustig. Es sah gut. Ich mag das. Das ist eine Fahrzeuge. 30,000. Das ist okay. Es war nicht so viel. Ich dachte, es war eine gute Sache. Deine Fahrzeuge ist ungefähr die gleiche. 30,000? Nein, nicht 30,000. Meine Fahrzeuge ist 10,000. War es? Ja, es war 10,000. Okay. Wenn du Fahrzeuge machst, Fahrzeuge fühlen... Ja, es ist günstig. Du bist richtig. Ja, es sind. Das ist eine ziemlich schöne Sache. Ich meine, es wird nicht in Deutschland fahren. Kannst du nicht Fahrzeuge wie in Deutschland fahren? Nichts. Nichts. Nichts in hier. Vielleicht ist das. Das Fahrzeug wäre... Das Fahrzeug wäre... Ich weiß, nicht? Leer Spoiler... Vielleicht? Oder Exhaust? Das ist ein tolles Stil. 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 Aber lass mich sagen, es ist nicht... Es ist ziemlich laut, oder? Es ist verrückt laut. Es ist etwa 115 dB oder so. Ja, 115 dB. Ich sehe nicht ein Problem, warum sollte man es nicht starten. Ja. B-Box ist günstig. Das war laut. Ich hoffe, das war der beste Extricker, den wir hatten bis jetzt alle. Was ist das? Das ist ein sehr, sehr gut. Okay, das ist gut. Let warm up, put it outside and let warm up. Das ist nicht schlecht. Der Stil ist cool, der Exhaust-Style. Die waren gut, aber sie waren gut, um die Decibels zu halten. Honestly. Legit. Hey, 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 hey. Ich gebe dir ein Trick. Wenn du die Decibels zu halten, dann stimmst du den Exhaust-Style. Wie ist das? Das klingt komisch. Du willst es laut, aber es muss nicht laut sein. Ja. Es muss nicht laut sein sein. Ja. M2, aber das Auto klingt nicht gut mit dem Exhaust-Style. Ich fühle mich, in Deutschland, dass wir normalen Dinge haben. Für mich ist der Exhaust-Style, als ich jung war es nicht, aber jetzt ist der Exhaust okay für mich. Das ist das, was ich zu fahren. Das ist so laut. Es hat keine Katze, oder? Nichts? Nein, nichts. Es ist nur ein straight-Piper. Turbo. Out. Turbo. Und Out. Okay. Das ist laut. Es ist laut. Es gibt eine Box, also wenn du es in Efficient-Mode geht es durch die eine Box. Es ist quieter, aber wir haben trotzdem Probleme auf Trackdays. Es ist zu laut. Wahnsinn. Stupid Leute, oder? Ich meine, das ist laut, ich verstehe das. Weil die Leute in Deutschland in Englern will die Track in England und es ist zu laut. Ja. Natürlich, Mann. Das ist laut. Also, lass mich das zusammen. Du möchtest laut, du möchtest turbocharged, du möchtest turbocharged. Ja. Oldschool turbocharged. Big things. Oldschool-Style. Ist es auch turbocharged? Ist es 1.8? 2.8. Also, nice seats. You got a nice taste, man. Look at the seats. Look at the seats. Cool style, right? They look like real. Right? Out of finesse. Okay. You have a very, very nice taste. Thank you. The seats in combination? Try and... Super cool. Build a vibe for a car, you know? Yeah. I don't know where my phone is, but I gotta take a picture of the seats. The seats look great. And so, this is also then 250? 2.0L, 16V. About 180, 200hp. 200. Not crazy. On these cars, that's good. Yeah, I know, I know, I know. We have one over here that's 300, and it's too much for that car. Oh, 3.6. Yeah, 3.2. Oh, 3.2. This is a Cayenne engine out of an early one. So, me and this guy here built this in a chicken shed on a ramp that went about this high. And... What was that? About eight years ago? Yeah, eight years ago. It was disgusting. So, your company is eight years now? No. About 11 years with the products. That's when we could afford to build a promo car. Yeah, nice. That was the first one for us. All the lettering, if you look at all the lettering, it's all hand painted, and then all weathered in. Nice. Very, very cool style. And who owns this car? This is a... Um... I think you might have met him. Fish. Big American dude. From Chicago. One of mine and Brian's friends. What, he's taking that to Chicago? This is going back to Chicago. This was owned by an Arabian princess. I kid you not. In, like, the 80s. Bought from the factory. Full Zender conversion. And it came up on eBay. And I spoke to him because every car he has has to be white. He's got about 70 cars. They're all white. To me, this car looks... Early 90s Miami cocaine gangster. Yeah. Perfect. There he is. There he is. And it smells like old men. Shit, yeah it does. But, when we bought it on eBay, we didn't know it was an auto. Because you were so hyped, right? Let me buy this car. Is it automatic? Yeah, we got it and it was automatic. It was like... Oh. Yeah, we just got to swap it out. Where's your car? This is... It suits you. This is super cool. It's white. It's big. It's round. Exactly. Just like you. Nice. And it's terrible. Why? It's... It's quite over-tasted it. Yeah, it's brilliant. No, I think... I think this body kit is possible to make a VW look like a Peugeot. I know what you mean. You know, it has... It's the wheels, yeah. Because you've got the Ronald Turbo wheels, right? So they look... Yeah, like it. But I think also this groove here, this here, makes it so French. It looks like a Citroën French thing, you know? Jay, all you need with that, you know... All the history of when it was originally bought... How much was it? Two grand. It was... No, that was the conversion for 22,000. That was for the auction in 1986. In Marx. In Marx or in... Hold on. No, there's 22,000 on top of the car in 1986. Including interior, right? Let me check. So they put the power steering into it. Power steering, yeah. Into windows. Transmission conversion. They converted it. Yeah, because the princess didn't have a manual license. She only had an automatic license. So she didn't know how to handle it. Stick. Yeah. The leather interior was 1850. That's not so much. That's a really nice Golf 2. But probably you would have to give it a good price for everyone. Everyone, as he wants. But I think the Golf 2, so how it was original, was really cool. That's really hard. That's really hard. Okay. I would say we'll do it. We'll do it. Maybe we'll do it for the M2. Because the M2 is really hard. Is it possible to take off a small spin in a non-legal M2? Yeah. And then drive shortly with your car. Nice. In the S15. Because I just want to have the feeling of being around illegal, but legal. It's all legal here. Yeah, that's why. It must be a strange feeling. You need to move to the UK. I need to. Your business would do so much better in the UK than it does in Germany. Nah. Keep coming away from the island. Nah. We'll be back in a minute. I'll be back in a minute. What is that? I'll go back again. Okay, now we know. It's too loud. No. Do, Flo. Not that. It could be, but it's not yet. No? No. 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 Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Auspuff-Sound ist, oder? Das hört sich eher an wie so ein... Aber alle Jungs, bei denen wir bis jetzt waren, sind alle sehr ernst. Also nicht, die sind alle sehr lustig, aber auch sind alle super, super, super ernst. Ich meine, wenn du es kannst hier, kannst du halt auch ausrasten. Wie Bremse, Fahrwerk, das sind ja alle komplett crazy. Das habe ich noch nicht gehört, in meinem Leben. Ist da nur GoPro drin dran? Die ist weg. Also ich weiß nicht, ob die jetzt nur drin ist. Die ist auf jeden Fall weg. Auf welcher Rennstrecke der Welt will er denn unterwegs sein, bitte? Und er wollte, wie es den Rohren ist. Die Rohr geht auf den Boden. Das hört gar nicht auf. Das ist ja komplett bescheuert. Aber würdest du das täglich fahren wollen? Ja. Nein, willst du das? Guck mal, hier ist ein Mülleimerwaschdienst. Binwash. Ernsthaft? Also wenn du mir jemals ein Auto schenken möchtest, dann darfst du dieses besorgen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der hat auch Muckis, ne? Das drückt ganz gut. Ja, der hat Muckis. Krass. Krass. Keine Sau dreht sich um. Ich hab Schmerzen hinten am Kopf, weil ich die ganze Zeit drinnen bin. Die GoPro wird diesen Sound nicht aufnehmen. Vor allen Dingen, normalerweise merkt man immer, wenn man eine GoPro verliert. Das würdest du hier in diesem Auto nicht hören können. Die GoPro könnte dir direkt abgefallen sein, du würdest es nicht mehr wissen. Das ist der asozialste BMW M2, den ich mit Sicherheit in meinem Leben gefahren bin. Den werde ich nie vergessen. Ich glaube, es kommt nicht rüber, wie laut das ist. Du könntest nur beschwerden, du bist ja in Bochum und Dortmund würde sich beschweren. Ey, da ist so ein Spazierkircher gewesen und er hat sich nicht mal umgedreht. Ja, das ist eigentlich krass. Ich weiß nicht, meinst du das gleich kann, das Tore? Hä? Meinst du das gleich, top das an Asozialität? An, 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 an. Ich glaube, wir werden kaum, werden nicht einmal in Leistung kommen, weil das Toreloch ist so krass. Was ist das? Was ist das? Oh, du scheiße, mein Hinterkopf tut so wie von Grinsen. Mal mehr aber auch, ich habe die ganze Zeit so einen durchgehenden Grinser in der Fresse. Boah, ich stelle mir nur vor, ich stelle mir wirklich nur vor, du würdest es machen. Du würdest es machen und würdest mit diesem Ausruf einfach jetzt so in die Stadt fahren. Die würden auf dich schießen, direkt. Die würden auf mich schießen. Das hier sind 5 Sterne bei GTA. Ja, das kann ich zeigen. Alter. Hast du die Infektion gerade gehört von dem Auto? Das ist doch viel lauter als wir denken. Warte auf, warte auf. Was sagst du deinen Freunden? Ich habe mir einen Sportauspuff gegönnt. Aber der ist leise bei der Kuglerhunde. Was ist mit dir? Was? Das ist okay. Nein? Oh, die Brakes funktionieren nicht. Nein, die Brakes funktionieren nicht. Nein. Aber das geht nicht. Oh, du wirst keine Brakes haben? Nein, das ist gut. Aber der Sound ist ein bisschen laut. Es ist ein bisschen laut. Hast du mich gehört? Aber wenn du auf der Klappe hast, du hast ein Crash Helmet auf. Das ist nicht laut. Du bist smart. Du kannst es hören. Ja. Also hast du das Problem, wenn du den Helmet auf hast, war es zu kreien. Du denkst, ich weiß nicht, ob mein Auto läuft. Das ist weshalb du den Helmet auf hast. Und wenn du es nicht zu laut hast, hast du die Pipes runter. Da geht's. Jeder ist glücklich. Du bist smart. Die Leute sagen es nicht, aber ich denke es. Okay, das war ziemlich gut. Jetzt würde ich wirklich gerne sehen, wie es fühlt sich so fühlt. Oh, es ist horrendous. Es ist ein Traum. Du wirst es lieben. Ja, es ist ein Traum. Es ist gefährlich. Es ist heiß. Es ist schmerzig. Es ist schmerzig. Es ist schmerzig. Es ist alles, was die Leute lieben. Also würde ich sagen, wir haben es einfach angefangen. Wärmen es auf. Wärmen es auf. Okay, los geht's. Also, wenn du abwürgst, müssen wir hier exit exit machen. Was müssen wir machen? Exit exit. Ich habe das Gefühl, das wird eine ganz, ganz kranke Nummer. Wir haben jetzt Race Fuel und wir haben volle Leistung, haben die Jungs gerade gesagt. Okay, das ist echt crazy jetzt gerade. Ich glaube, dass das verrückteste getunt ist, das Auto ist gefahren, wenn wir es jetzt. Kannst du dich an den Rennmarkenvorfall mal uns erinnern? Mit Julian? Ja, ja, ja. Das ist das im Legal jetzt hier. Boah, krass, die Bremse packt auch echt die Beschirme. Ich habe ein bisschen Respekt gerade. Ich auch. Das stimmt. Und hat sehr, 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 sehr platt. Das muss aber auch jetzt für Engländer echt verrückt aussehen, was wir gerade machen. Was machen wir gerade? Wir fahren mit dem Rennauto und durch England. Doch, reicht das Auto. Und los! Noch lachten unsere beiden Helden, doch war ihnen nicht bewusst, dass sich eine Katastrophe anwandte. Was war das denn jetzt? Geil! Oh, dieses Zwitschern! Was für einen! Und mein Auge zuckt! Alter, ich weiß nicht, was los ist. Meine Ruhe! Und nach Verstehen sie mir wahren und was auch so laut, was sie so ist! Meine Ruhe! Das Getriebe ist ja hart, das Getriebe ist mega geil! Wir hauen solche Balken um die Straße! Solche Balken! Ja! Fuck! Ich hätte nie gedacht, dass dieser alte Schweine-Tobo, dass der jetzt auch funktioniert. Und das sind 1000. Hier raus ja, ne? Ja! Bisschen schwitziger Hände! Ah, ich hab 79 Muls! Also wir müssen mehr Gas geben! Leute! Leute, das Auto hebt vorne ab! Merkst du das? Ja! Wenn du Gas gibst, der hat den... Also er hat den Griff! Aber er dreht schon durch, aber hat den Griff! Aber das Auto hebt vorne ab, Leute! Weißt du was? Ja! Scheiß auf den M2! Ich verstehe nicht! Allein weil das hier legal ist, muss das in Deutschland ja schon angehoben werden! Achso ja! Also, ähm, wir müssen raussteigen! Ich kann ihn nicht mehr! Oh! Ist die GoPro noch da hinten dran? Keine Ahnung! Was soll ich das jetzt wissen? Das sind 1000 PS! Schrödingers GoPro, weiß nicht, ob es noch da ist! Ich finde diesen Nitro-Knopf ganz spannend! Wie beschweigend muss denn dein Kopf sein! In diesem kleinen, leichten Heck eingetriegt mit dem Auto! Mit diesem riesen Lader, wo so das Leistungsfenster läutet, ist so groß! Ja, also so! Und dann brauchst du natürlich noch Nitros! Obwohl doch, um den Lader vom Spool zu kriegen! Was denn? Die Diffuser hat weggebracht! Ihrer Diffusers fallen ab. You still have your GoPro, but the diffuser is no more! Teh... To be fair... Where did you go? Ya, er... Take the van and Er... Er... We follow him! Du findest es! Wir sind auf dem Weg zu gucken und wir fahren selbst rein, weißt du, so boom! Ey, es tut mir voll leid, Alter. Das ist doch kacke, das ist nicht lustig. Doch, bis jetzt schon. Oder da? Ne, das ist ein Straßenschild. Aber es ist eine ähnliche Form. Da ist er. Lass uns zurück. Lass uns zurück. Es sieht nicht so schlecht aus. Nein, es schlägt. Ja, es schlägt. Aber es ist schwer. Oh, ja. Fiberglass. Nein, nein, nein. Es ist immer wieder auf dem Weg. Es ist immer wieder auf dem Weg. Ja, okay. Er ist nicht so schlecht. Er ist nicht so schlecht. Er ist sehr, 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 sehr auf dem Weg. Es sieht besser aus. Es sieht besser aus. Und es ist wirklich schwer. Und es ist für dich. Es ist für mich. Es wird nach 9 Sekunden, 1.5m ohne das. Ja, und wir haben es auf GoPro. Das wird jetzt in 20 Sekunden. Ja, du hast den Moment, dass es weggefallen ist. Ja, ja, ja. Und du weißt, was ich dachte? Warum setzt du Nitros drauf? Ich habe es nicht. Nein, nein, nein. Warum sollte jemand das machen? Es ist verdammt. Denn wenn es auf dem Boost, und wenn du von 2. bis 3. Du stehst. Aber es ist immer noch ein Stück. Es ist immer noch ein Stück. Das ist gut. Die anderen sind auf dem Weg. Das ist leichter. Das ist leichter. Weightreduktion. Ja. Once das ist auf dem Auto, und hier. Du wirst niemals sehen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ja. Und du kannst sagen, danke zu mir. Es ist leichter als vorher. Ich sende dir das in der Post. Du kannst es auf dem Weg. Ja. Es sieht ähnlich. Du gehst es wie du gehst. Ich würde sagen, wir machen die ganze Shoppen. Wir zeigen alles und sagen, wir haben ein guter Job heute. Wir haben ein guter Job. Wir haben ein guter Job. Wir haben ein guter Job heute. Das ist das, was alles auf der Seite ist. Das ist das Wasser. Das ist Fiberglass. Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Okay. Tschüss. Du hast es gemacht. 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 Bis zum nächsten Mal.